Musik 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 Vorsichtig Musik 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 Du willst spielen? Dann spielen wir. Klar, du gehörst zum Ungeziefer. Ja, 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 du gehörst zum Ungeziefer. Das war's wohl mit deiner Stepplanskarriere. Ja, du gehörst zum Ungeziefer. Ja, du gehörst zum Ungeziefer. Du gehörst zum Ungeziefer. Du gehörst zum Ungeziefer. Hey! Pass mit diesen Dingern, gefälligst du auch! Gibt mich eure Katze! Nichts mehr in der Rand! Was? Stil! Stil! Du wirst sterben! Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Leon! Schnell! Hier stürzt euch alles ein! Hey! Kommst du? Bestell deinem Gott schöne Grüße! Hey! Komm jetzt! Es ist gefährlich! Merde! Beeil dich! Gern geschehen! Danke! Sie werden das Feuer sicher bald bemerken. Lass uns weiter! Du! Ich werde mich doch nicht in eine von denen verwandeln, oder? Nein, dafür sorge ich. Versprochen! Geht's! Oder ist das? Oder ist das? Oder bin ich? Okay. 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 Was soll das? Tja. Wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm. Okay. Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf nem Abstecher zur Burg. Perfekt. Ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Kommt zum Burghof weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Tja. Okay, Ashley. Luis sagt, dass wir... Schon klar. Wir sollten... ...woll besser los. ...wollt. 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 Was ist das? 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 Willkommen! Ich hab was Neues für dich, Partner. Das ist, was ich derzeit habe. Was ist das? 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 Eine neue Waffe aus, Fremder? Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Du wirst schon sehen. Wirst schon sehen. Wäre das dann alles? Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Das hier ist nicht die Wohlfahrt. Kann ich sonst komm jederzeit wieder. Was ist das? 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 Was ist das?